Es war 8 Uhr morgens, die Zeit, da Offiziere, Beamte und Zugereiste nach der heißen, schwülen Nacht gewöhnlich im Meer badeten und darauf in den Pavillon gingen, um Kaffee oder Tee zu trinken. Ivan Andrzejitsch-Lajewski, ein junger Mann von etwa 28 Jahren, blond und hager, die Mütze des Finanzministeriums auf dem Kopf und Pantoffeln an den Füßen, traf, als er zum Baden kam, am Strand viele seiner Bekannten an, darunter auch seinen Freund, den Militärarzt Samoy Lenko. Mit seinem großen, geschorenen Kopf, dem kurzen Hals, dem roten Gesicht, der großen Nase, den buschigen, schwarzen Augenbrauen und dem grauen Backenbart mit seiner beleibten, aufgedunsenen Gestalt und schließlich mit seinem heiseren Militärbass, machte dieser Samoy Lenko auf jeden Neuankömmling den unangenehmen Eindruck eines Grobianns und rauen Gesellen, aber schon zwei, drei Tage nach der ersten Bekanntschaft kam einem sein Gesicht ungewöhnlich gutmütig und lieb, ja sogar schön vor. Ungeachtet seiner Plumpheit und seines ziemlich groben Tons war er ein friedlicher, unendlich gutmütiger, freundlicher und gefälliger Mensch. Er stand mit jedem in der Stadt auf dem Dudesfuß, borgte allen Geld, kurierte und versöhnte alle, spielte den Heiratsvermittler und arrangierte Picknicks, bei denen er Schaschlikbrit und aus Meereschen eine sehr wohlschmeckende Fischsuppe kochte. Stets war er bemüht, für irgendjemanden ein gutes Wort einzulegen und stets freute er sich über irgendetwas. Nach allgemeiner Ansicht war er ohne Sünde und er hatte nur zwei Schwächen. Erstens schämte er sich seiner Gutmütigkeit und war bestrebt, sie mit einer strengen Miene und scheinbarer Grobheit zu tarnen und zweitens hatte er es gern, wenn ihn das Sanitätspersonal und die Soldaten euer Exzellenz nannten, obwohl er nur Staatsrat war. Beantworte mir eine Frage, Alexander Daviditsch, begann Lajewski, als sie beide, er und Samoylenko, bis zu den Schultern im Wasser standen. Angenommen, du hast dich in eine Frau verliebt und ihr lebt miteinander. Angenommen, du hast über zwei Jahre mit ihr gelebt und dann, wie das so vorkommt, ist deine Liebe erkaltet und du fühlst, die Frau ist dir fremd geworden. Wie würdest du dich in einem solchen Fall verhalten? Sehr einfach. Gehe deiner Wege, Mütterchen. Das wäre alles, was ich sagen würde. Leicht gesagt. Nehmen wir mal an, du hättest die 500 wie auch die 25 monatlich. Die Frau aber, von der ich spreche, ist intelligent und stolz. Könntest du dich trotzdem entschließen, ihr Geld anzubieten? Und wie würdest du das machen? Samoylenko wollte etwas erwidern, aber da wurden sie beide von einer großen Welle überspült, die gegen das Ufer brandete und lärmend über die kleinen Steine zurückrollte. Die Freunde gingen wieder ans Ufer und begannen sich anzukleiden. Es ist natürlich schwierig, mit einer Frau zusammenzuleben, die man nicht liebt, sagte Samoylenko, während er den Sand aus den Stiefeln schüttete. Aber man muss menschlich denken, wann ja. Wäre ich in dieser Lage, so würde ich mir nicht anmerken lassen, dass ich sie nicht mehr liebe und würde bis zum Tod mit ihr zusammenleben. Plötzlich schämte er sich seiner Worte. Er besann sich und meinte, was mich betrifft, so brauchte es überhaupt keine Weiber zu geben. Der Teufel soll sie holen. Die Freunde waren fertig angekleidet und gingen zum Pavillon. Dort war Samoylenko Stammgast und er hatte sogar sein besonderes Geschirr. Jeden Morgen servierte man ihm auf einem Tablett eine Tasse Kaffee, ein hohes, geschliffenes Glas mit Eiswasser und ein Gläschen Kognak. Zuerst trank er den Kognak, dann den heißen Kaffee und schließlich das Eiswasser. Und das schmeckte offenbar sehr gut, denn seine Augen bekamen nach dem Trinken einen öligen Glanz. Er strich sich mit beiden Händen über den Backenbad und sprach, den Blick auf das Meer gerichtet. Nach der langen Nacht, die mit unfrohen, nutzlosen Gedanken beschwert war, mit Gedanken, die ihn am Schlafen hinderten und anscheinend die Finsternis und Schwüle der Nacht noch verstärkt hatten, fühlte sich Lajewski zerschlagen und matt. Vom Baden und dem Kaffee wurde ihm nicht besser. Lass uns das Gespräch fortsetzen, Alexander Daviditsch, sagte er. Ich will es nicht verheimlichen und es dir als meinem Freund offen sagen. Die Sache mit Nadeschta Fjodorovna steht schlecht, sehr schlecht. Entschuldige, dass ich dich in meine Geheimnisse einweihe, aber ich muss mich unbedingt aussprechen. Samoylenko, der schon ahnte, wovon die Rede sein würde, schlug die Augen nieder und trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. Ich habe zwei Jahre mit ihr gelebt und liebe sie nicht mehr, fuhr Lajewski fort. Oder richtiger gesagt, ich bin mir klar geworden, dass es gar keine Liebe war. Diese zwei Jahre waren ein Betrug. Lajewski hatte die Angewohnheit, während einer Unterhaltung aufmerksam, seine rosigen Handflächen zu betrachten, an den Nägeln zu kauen oder mit den Fingern die Manschetten zu zerknüllen. Auch jetzt tat er das. Ich weiß sehr gut, dass du mir nicht helfen kannst, sagte er. Aber ich rede mit dir, weil für mich Pechvogel und überflüssigen Menschen die ganze Rettung in der Unterhaltung liegt. Ich muss jede meiner Handlungen verallgemeinern. Ich muss die Erklärung und die Rechtfertigung meines sinnlosen Lebens in irgendwelchen Theorien in literarischen Typen finden, zum Beispiel darin, dass wir Adligen degeneriert sind und ähnliches mehr. In der vergangenen Nacht habe ich mich zum Beispiel damit getröstet, dass ich die ganze Zeit dachte, ach wie recht hat er Tolstoi, wie unbarmherzig recht. Und dann wurde mir leichter. Tatsächlich, mein Lieber, er ist ein großer Schriftsteller. Man kann sagen, was man will. Samoylenko, der niemals Tolstoi gelesen hatte und sich jeden Tag vornahm, dies zu tun, wurde verlegen und sagte, ja, alle Schriftsteller schreiben, was ihnen die Fantasie eingibt. Er aber schreibt direkt nach der Natur. Mein Gott, fuhr Lajewski seufzend fort. Bis zu welchem Grad hat uns bloß die Zivilisation verdorben? Ich verliebte mich in eine verheiratete Frau und sie sich in mich. Am Anfang gab es Küsse und stille Abende, Schwüre und Spencer, Ideale und gemeinsame Interessen. Was für eine Lüge. In Wirklichkeit flohen wir vor dem Ehemann und logen uns vor, wir seien vor der Lehre unseres intellektuellen Lebens geflohen. Unsere Zukunft stellten wir uns so vor. Zuerst wollte ich im Kaukasus, bis wir dort Land und Leute kennengelernt hätten, den Uniformrock anziehen und als Beamter dienen. Später aber wollten wir uns ein Stück Land nehmen, im Schweiße unseres Angesichts arbeiten, einen Weinberg, einen Acker anschaffen und anderes mehr. Wenn du an meiner Stelle wärst oder dein Zoologe, dieser von Koren, Ihr würdet vielleicht mit Nadja Staviodorovna 30 Jahre leben und euren Erben einen prachtvollen Weinberg und tausend des Jatinen Maisfelder hinterlassen. Ich aber fühlte mich vom ersten Tag an bankrott. In der Stadt herrschen unerträgliche Hitze, Langeweile und Menschenleere, geht man aber aufs Land, vermutet man unter jedem Strauch und jedem Stein Spinnen, Skorpione und Schlangen und hinter den Feldern gibt es nichts als Berge und Wüste. Fremde Menschen, eine fremde Natur, eine klägliche Kultur, das alles, mein Lieber, ist nicht so leicht wie im Pelz mit Nadja Staviodorovna am Arm auf dem Neski-Prospekt spazieren zu gehen und von warmen Ländern zu träumen. Hier gilt es, den Kampf auf Leben und Tod zu bestehen. Und was bin ich schon für ein Kämpfer? Ein jämmerlicher Neurastheniker. Ein Mensch, der körperliche Arbeit verabscheut. Vom ersten Tag an war mir klar, dass alle meine Gedanken an ein arbeitsreiches Leben und an einen Weinberg völlig sinnlos waren. Was die Liebe betrifft, so muss ich dir sagen, es ist genauso uninteressant, mit einer Frau zu leben, die Spencer gelesen hat und deinetwegen bis ans Ende der Welt mitgekommen ist, wie das Leben mit einer x-beliebigen Anfisa oder Akulina zu teilen. Es riecht genauso nach Bügel, Bügeleisen, Puder und Medikamenten. Jeden Morgen die gleichen Haarwickel und der gleiche Selbstbetrug. Ohne Bügeleisen geht es in der Wirtschaft nun mal nicht, sagte Samoylenko und wurde rot, weil Lajewski mit ihm so offen über eine ihm bekannte Dame sprach. Ich merke, du bist heute schlechter Laune, Vanya. Nadeshta Fyodorovna ist eine herrliche, eine gebildete Frau und du bist ein Mann von bedeutendem Verstand. Gewiss, ihr seid nicht getraut, fuhr Samoylenko fort, während er sich nach den Nachbartischen umsah. Aber das ist doch nicht eure Schuld und außerdem, man darf keine Vorurteile haben und muss sich auf die Höhe der modernen Ideen erheben. Ich selbst trete für die bürgerliche Ehe ein, ja, aber ich meine, wenn man ein Verhältnis eingeht, so muss man auch bis zum Tod miteinander leben. Ohne Liebe? Ich werde dir das gleich erklären, erwiderte Samoylenko. Vor etwa acht Jahren hatten wir hier einen Agenten, ein altes Männlein, einen Menschen von bedeutendem Verstand und der sagte so, im Familienleben ist die Hauptsache Geduld. Hörst du, Vanya? Nicht Liebe, sondern Geduld. Die Liebe kann nicht lange dauern. Zwei Jahre hast du in Liebe verbracht und jetzt ist dein Familienleben augenscheinlich in den Abschnitt eingetreten, da du, um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, deine ganze Geduld aufwenden musst. Du glaubst deinem alten Agenten, für mich aber ist sein Rat sinnlos. Dein altes Männlein konnte heucheln, er konnte sich in Geduld üben und dabei auf den ungeliebten Menschen wie auf einen Gegenstand blicken, der für seine Geduldsübungen unentbehrlich ist. Aber ich bin noch nicht so tief gesunken. Wenn ich mich in Geduld üben will, so werde ich mir Handeln oder einen störrischen Gaul zulegen, den Menschen aber lasse ich lieber in Ruhe. Samoy Lenko bestellte Weißwein mit Eis. Als jeder ein Glas davon getrunken hatte, fragte Lajewski plötzlich, sag mir bitte, was ist Gehirnerweichung? Das ist, wie soll ich dir das erklären, so eine Krankheit, da wird das Gehirn weicher, gleichsam flüssig. Ist das heilbar? Ja, wenn die Krankheit nicht vernachlässigt worden ist. Kalte Duschen, spanische Fliegen, na, und dann auch innerlich was. So, da siehst du also, wie es um mich steht. Ich kann mit ihr nicht mehr leben, das geht über meine Kräfte. Solange ich mit dir zusammen bin, philosophiere ich und lächle, aber zu Hause verliere ich vollkommen den Mut. Mir ist dermaßen unheimlich zumute, dass ich mir wohl eine Kugel durch den Kopf jagen würde, wenn man mir beispielsweise sagte, ich sei verpflichtet, mit ihr auch nur noch einen Monat zu leben. Und dabei kann ich mich auch nicht von ihr trennen. Sie ist einsam, versteht nicht zu arbeiten, Geld haben wir beide nicht. Wo soll sie bleiben? Zu wem soll sie gehen? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Nun, sag du mir, was soll ich tun? Tja, murmelte Samoylenko, weil er nicht wusste, was er antworten sollte. Liebt sie dich? Ja, sie liebt mich insoweit, als sie in ihrem Alter und bei ihrem Temperament einen Mann braucht. Sie würde sich von mir genauso schwer trennen, wie von ihrem Puder und ihren Haarwickeln. Ich bin für sie ein unentbehrlicher Bestandteil ihres Boudoirs. Samoylenko war peinlich berührt. Du bist heute schlechter Laune, Vanya, sagte er. Wahrscheinlich hast du nicht geschlafen. Ja, ich habe schlecht geschlafen. Überhaupt fühle ich mich elend, mein Lieber. Mein Kopf ist leer, mein Herz schlägt kaum, ich bin ganz schwach, ich muss weg von hier. Wohin denn? Dorthin, nach dem Norden, zu den Kiefern, zu den Pilzen, zu Menschen, zu Ideen. Ich würde mein halbes Leben hingeben, um jetzt irgendwo im Gouvernement Moskau oder Tula in einem kleinen Fluss zu baden und dabei zu frieren, weißt du? Und dann an die drei Stunden mit einem Studenten zu wandern und sei es auch der geringste und dabei schwatzen, schwatzen. Und wie es Sahoy duftet. Entsinnst du dich noch? Und abends, wenn man im Garten spazieren geht, dann erklingt im Haus Klavierspiel und man hört den Zug fahren. Blajewski lachte vor Vergnügen. Tränen traten ihm in die Augen und um sie zu verbergen, reckte er sich ohne aufzustehen nach den Streichhölzern zum Nachbartisch hin. Und ich war schon 18 Jahre nicht mehr in Russland, sagte Samoylenko. Habe schon vergessen, wie es dort aussieht. Meiner Meinung nach gibt es keine Gegend, die großartiger wäre als der Kaukasus. Von Verestchagin gibt es ein Bild, das Schmachten auf dem Grund eines ganz tiefen Brunnens zum Tode verurteilte. Genauso ein Brunnen scheint mir dein großartiger Kaukasus zu sein. Würde man mir anbieten, entweder in Petersburg Schornsteinfeger oder hier ein Fürst zu sein, ich würde die Stelle des Schornsteinfegers vorziehen. Blajewski versank im Nachdenken. Samoylenko betrachtete seinen gebeugten Körper, die auf einen Punkt gerichteten Augen, das blasse, schweißgebadete Gesicht und die eingefallenen Schläfen, die abgeknabberten Fingernägel und den einen Pantoffel, der an der Ferse herabhing und einen schlecht gestopften Strumpf sehen ließ. Und da empfand er Mitleid mit ihm. Und er fragte, wahrscheinlich weil Blajewski ihn an ein hilfloses Kind erinnerte, »Lebt deine Mutter noch?« »Ja, aber wir sind auseinander. Sie konnte mir dieses Verhältnis nicht verzeihen.« Samoylenko hatte seinen Freund gern. Er sah in Blajewski einen gutherzigen Burschen, einen aufrichtigen Studenten, mit dem man trinken, lachen und auch vertraulich reden konnte. Was er an ihm verstand, gefiel ihm gar nicht. Blajewski trank viel und zu unpassender Zeit. Er spielte Karten, vernachlässigte seinen Dienst, lebte über seine Verhältnisse, gebrauchte im Gespräch oft unanständige Ausdrücke, ging in Pantoffeln auf die Straße und zankte sich vor Fremden mit Nadeschta Fjodorovna. Das alles gefiel Samoylenko gar nicht. Aber, dass Blajewski einmal die philologische Fakultät besucht hatte, jetzt zwei dicke Zeitschriften hielt, oftmals so klug redete, dass ihn nur wenige verstehen konnten und mit einer intelligenten Frau zusammenlebte, das alles verstand Samoylenko nicht, aber es gefiel ihm und er hielt Blajewski für höher stehend als sich selbst und achtete ihn darum. »Noch ein Detail«, sagte Blajewski und schüttelte den Kopf. »Aber das bleibt unter uns. Vorläufig verschweige ich es Nadeschta Fjodorovna noch. Verplappre dich also nicht vor ihr. Vorgestern habe ich einen Brief bekommen, dass ihr Mann an Gehirnerweichung gestorben ist.« »Gott hab ihn selig«, versetzte Samoylenko seufzend. »Warum verheimlichst du ihr das?« »Ihr diesen Brief zeigen würde bedeuten, bitte zur Trauung in die Kirche. »Und wir müssen doch erst unsere Beziehungen klären. Wenn sie sich davon überzeugt hat, dass wir nicht länger zusammenleben können, zeige ich ihr den Brief. Dann ist das ungefährlich.« »Weißt du was, Vanja?« sagte Samoylenko und sein Gesicht nahm auf einmal einen traurigen und flehenden Ausdruck an, als wolle er um etwas sehr Süßes bitten und fürchtete, man könne es ihm abschlagen. »Heirate sie, mein Lieber.« »Warum das?« »Erfülle dieser herrlichen Frau gegenüber deine Pflicht. Ihr Mann ist tot und so weist dich die Vorsehung selbst darauf hin, was du zu tun hast.« »Aber verstehe doch, du Sonderling, das ist unmöglich. Ohne Liebe zu heiraten ist genauso gemein und eines Menschen unwürdig wie eine Messe lesen, ohne zu glauben.« »Aber du bist dazu verpflichtet.« »Warum bin ich dazu verpflichtet?« fragte Lajewski gereizt. »Weil du sie ihrem Ehemann entführt und damit die Verantwortung für sie übernommen hast.« »Aber ich sage dir doch klar und deutlich, ich liebe sie nicht.« »Nun, wenn keine Liebe da ist, dann achte und ehre sie.« »Achte und ehre sie?« äffte Lajewski ihn nach. »Als ob sie eine Äbtissin wäre. Du bist ein schlechter Psychologe und Physiologe, wenn du denkst, dass Achtung und Verehrung allein schon genügen, wenn man mit einer Frau lebt. Eine Frau braucht vor allem ein Schlafzimmer.« »Vanya, Vanya«, sagte Samoylenko verlegen. »Du bist ein altes Kind, ein Theoretiker. Ich aber bin ein junger Greis und ein Praktiker. Wir werden uns niemals verstehen. Brechen wir das Gespräch lieber ab.« »Mustafa«, rief Lajewski dem Kellner zu, »was habe ich zu zahlen?« »Nein, nein«, wehrte der Arzt erschreckt ab und fasste Lajewskis Arm. »Das bezahle ich. Ich habe es bestellt. Schreib es auf meine Rechnung«, rief er Mustafa zu. Die Freunde standen auf und gingen schweigend die Strandpromenade entlang. Als sie zum Boulevard kamen, blieben sie stehen und drückten sich zum Abschied die Hand. »Ihr Herrschaften seid sehr verwöhnt«, meinte Samoylenko seufzend. »Das Schicksal sandte dir eine junge, schöne, gebildete Frau und du willst sie nicht haben. Mir aber könnte Gott ein krummes, altes Mütterchen schicken. Sie brauchte nur zärtlich und warmherzig zu sein. Wie wäre ich zufrieden? Ich würde mit ihr auf meinem Weidenberg leben und...« Samoylenko besann sich und fuhr fort. »Und die alte Hexe müsste mir den Samowar aufstellen.« Nachdem er sich von Lajewski verabschiedet hatte, ging Samoylenko dem Boulevard entlang. Als er behäbig und majestätisch mit strengem Gesichtsausdruck in seiner schneeweißen Uniformjacke und den blitzblank geputzten Stiefeln die Brust mit dem Wladimir-Orden vorgewölbt so entlangschritt, gefiel er sich selbst und es schien ihm die ganze Weltblicke ihn mit Vergnügen an. Ohne den Kopf zu wenden, warf er ab und zu einen Blick zur Seite und fand, der Boulevard sei in bester Ordnung. Die jungen Zypressen, die Eukalyptusbäume und die hässlichen, kränklichen Palmen seien sehr schön und würden mit der Zeit weitreichenden Schatten spenden. Die Terkessen aber seien ein ehrliches, gastfreundliches Völkchen. Sonderbar, dass der Kaukasus Lajewski nicht gefällt, dachte er, sehr sonderbar. Fünf Soldaten mit Gewehren kamen ihm entgegen und salutierten. Auf der rechten Seite des Boulevards ging die Frau eines Beamten mit ihrem Sohn, einem Gymnasiasten, vorbei. Guten Morgen, Maria Konstantinovna, rief ihr Samoylenko mit freundlichem Lächeln zu. Waren Sie baden? Hahaha, eine Empfehlung an Nikodim Alexandric. Und er ging weiter und lächelte immer noch freundlich. Aber als er einen Sanitätsgehilfen erblickte, verzog er das Gesicht, hielt ihn an und fragte, Ist jemand im Lazarett? Niemand, euer Exzellenz. Was? Niemand, euer Exzellenz. Gut, geh. Majestätisch schaukelnd begab sich Samoylenko zu einem Limonadenkiosk, wo an der Theke eine üppige alte Jüdin saß, die sich für eine Grosinierin ausgab und sagte so laut, als kommandiere er einem Regiment, Seien Sie so gut und geben Sie mir Sodawasser. Lajewskis Abneigung gegen Nadeschta Fjodorowna äußerte sich hauptsächlich darin, dass alles, was sie sprach und tat, in seinen Augen eine Lüge war oder einer Lüge glich und alles, was er gegen die Frauen und die Liebe gelesen hatte, schien ihm aufs Beste für ihn selbst, Nadeschta Fjodorowna und ihren Mann zuzutreffen. Als er nach Hause kam, saß sie schon angekleidet und frisiert am Fenster, trank mit besorgtem Gesicht Kaffee und blätterte in einer dicken Zeitschrift. Das Kaffeetrinken ist kein so bemerkenswertes Ereignis, dachte er, um deswegen ein besorgtes Gesicht zu machen. Und außerdem vertrödelt sie sinnlos viel Zeit für ihre modische Frisur. Hier ist doch niemand, dem sie gefallen kann. Auch in der Zeitschrift, die sie ansah, erblickte er eine Lüge. Er meinte, sie kleide und frisiere sich, um den Eindruck einer schönen Frau zu machen und sie lese nur, weil sie als klug gelten wolle. Es macht doch nichts, wenn ich heute baden gehe, fragte sie. Was ist schon dabei? Ob du gehst oder nicht, davon wird es kein Erdbeben geben, vermute ich. Nein, ich frage nur deshalb, weil sich der Arzt vielleicht ärgern wird. Nun, dann frag doch den Arzt, ich bin keiner. Am allerwenigsten gefielen Lajewski diesmal an Nadeschda Fjodorowna, ihr weißer, entblößter Hals und die Locken im Nacken. Er erinnerte sich, dass Anna Karenina, als sie ihren Mann nicht mehr liebte, vor allem seine Ohren missfielen und er dachte, wie richtig das ist, wie richtig. Da er sich schwach und eine Leere im Kopf fühlte, begab er sich in sein Zimmer, legte sich auf das Sofa und bedeckte sein Gesicht mit einem Tuch, damit ihn die Fliegen nicht belästigten. Träge, quälende Gedanken, die sich immer nur um ein und dasselbe drehten, zogen durch sein Hirn wie ein langer Wagenzug an einem trüben Herbstabend und er verfiel in einen Zustand schläfriger Niedergeschlagenheit. Er fühlte sich Nadeschda Fjodorowna und ihrem Mann gegenüber schuldig und hielt es für seine Schuld, dass ihr Mann gestorben war. Er meinte, er sei auch schuldig vor seinem eigenen Leben, das er verpfuscht habe, schuldig vor der Welt der erhabenen Ideen, der Wissenschaften und der Arbeit und diese wunderbare Welt, so meinte er, könne nicht hier an der Küste existieren, wo sich hungrige Türken und faule Abkhazier umhertrieben, sondern nur dort im Norden, wo es eine Oper, Theater, Zeitungen und alle Formen geistiger Arbeit gab. Ehrenhaft, klug, edel und sauber könne man nur dort sein, nicht aber hier. Er beschuldigte sich, keine Ideale und keine Leitideen im Leben zu haben, obwohl er jetzt nur unklar erfasste, was das bedeutete. Vor zwei Jahren, als er sich in Nadeschda Fjodorowna verliebte, hatte er gemeint, er brauche nur ein Verhältnis mit Nadeschda Fjodorowna einzugehen und mit ihr nach dem Kaukasus zu reisen und schon sei er vor der Banalität und der Leere des Lebens gerettet. Genauso war er auch jetzt überzeugt, dass er Nadeschda Fjodorowna nur zu verlassen und nach Petersburg abzureisen brauchte, um alles zu erlangen, dessen er bedurfte. Fliehen, murmelte er, während er sich aufsetzte und an seinen Fingernägeln kaute. Fliehen! In seiner Fantasie malte er sich aus, wie er einen Dampfer bestieg, frühstückte, kaltes Bier trank, sich an Deck mit den Damen unterhielt und sich dann in Sevastopol in einen Zug setzte und wegfuhr. Sei gegrüßt, Freiheit! Die Bahnstationen huschen eine nach der anderen vorbei, die Luft wird immer kälter und rauer, Birken und Tannen tauchen auf und da ist schon Kursk, da ist Moskau. In den Bahnhofsrestaurants gibt es Kohlsuppe, Hammelfleisch mit Grütze, Stör und Bier mit einem Wort, es ist nicht das rückständige Asien, sondern Russland, das wirkliche Russland. Die Fahrgäste im Zug sprechen über Geschäfte, über neue Sänger, über die guten französisch-russischen Beziehungen, überall spürt man sprudelndes anregendes Leben voller Kultur und Intelligenz. Schneller, schneller, da sind sie endlich, der Nevsky-Prospekt, die Bolschaya, Morskaya und da die Kowenski-Gasse, wo er einst mit den anderen Studenten gewohnt hat, da ist der liebe graue Himmel, der Nieselregen, da sind die nassen Droschken-Kutscher. Ivan Andreevich, rief jemand aus dem Nebenzimmer, sind sie zu Hause? Ich bin hier, antwortete Lajewski, was wollen sie? Ich bringe Akten. Lajewski erhob sich träge, ihm schwindelte und er begab sich träge, gähnend und mit den Pantoffeln schlurfend in das Nebenzimmer. Dort stand auf der Straße am offenen Fenster einer seiner jungen Kollegen und breitete auf dem Fensterbrett dienstliche Schriftstücke aus. Sofort, mein Lieber, sagte Lajewski sanft und ging sein Tintenfass suchen. Zum Fenster zurückgekehrt, unterschrieb er die Akten, ohne sie durchzulesen und sagte, heiß ist's. Jawohl, werden sie heute kommen? Kaum, ich fühle mich nicht wohl. Mein Lieber, sagen Sie Scheschkowski, ich werde ihn am Nachmittag aufsuchen. Der Beamte entfernte sich. Lajewski legte sich wieder auf das Sofa und begann zu überlegen. Also, man muss alle Umstände erwägen und bedenken. Bevor ich von hier abreisen kann, muss ich meine Schulden begleichen. Ich bin ungefähr 2000 Rubel schuldig, ich habe aber kein Geld. Das ist natürlich unwichtig. Ein Teil bezahle ich irgendwie jetzt, den Rest schicke ich später aus Petersburg. Die Hauptsache ist Nadesch Davjodorovna. Vor allem müssen wir unsere Beziehungen klarstellen. Ja. Ein wenig später überlegte er, ob es nicht besser sei, zu Samoylenko zu gehen und sich bei ihm Rat zu holen. Ich könnte ja hingehen, dachte er, aber was nützt das schon? Ich werde ihm wieder in unpassender Weise vom Boudoir, von den Frauen und davon erzählen, was ehrenhaft und was unehrenhaft ist. Zum Teufel, was gibt's da noch über Ehrenhaftigkeit zu reden, wenn man so schnell wie möglich sein Leben retten muss, wenn ich in der verfluchten Unfreiheit ersticke und mich selbst zugrunde richte? Man muss endlich begreifen, dass es eine Gemeinheit und Grausamkeit ist, ein Leben wie das meine weiterzuführen. Alles andere ist da unwichtig und nicht der Rede wert. Fliehen, murmelte er und setzte sich auf. Fliehen. Der öde Strand, die Gluthitze und die Einförmigkeit der rauchfarbenen leicht violetten Berge, die ewig gleich und verschwiegen und ewig einsam waren, machten ihn schwermütig und schienen ihn einzuschläfern und ihm etwas zu rauben. Vielleicht war er sehr klug, talentiert und bemerkenswert ehrenhaft. Vielleicht wäre aus ihm, wenn das Meer und die Berge ihn nicht von allen Seiten eingeschlossen hätten, ein ausgezeichneter Samstwo-Vertreter, ein Staatsmann, ein Redner, ein Publizist oder ein Vorkämpfer geworden. Wer konnte das wissen? Stimmte das? War es dann nicht dumm, darüber zu reden, ob es ehrenhaft oder unehrenhaft sei, wenn ein begabter und nutzbringender Mensch, ein Musiker zum Beispiel oder ein Künstler, eine Wand zertrümmert und seine Wärter hintergeht, um aus der Gefangenschaft zu entfliehen? In der Lage eines solchen Menschen ist alles ehrenhaft. Um zwei Uhr setzten sich Lajewski und Nadesch Stavjodorowna an den Mittagstisch. Als die Köchin Reissuppe mit Tomaten auftrug, sagte Lajewski, jeden Tag dasselbe. Warum kann man nicht einmal Kohlsuppe kochen? Es gibt keinen Kohl. Sonderbar. Bei Samoylenko kocht man Kohlsuppe, bei Maria Konstantinovna gibt es Kohlsuppe, nur ich allein muss aus unerfindlichen Gründen immer diese süßliche Brühe essen. So geht es nicht, mein Liebchen. Wie bei der überwiegenden Mehrheit der Eheleute, so endete früher auch bei Lajewski und Nadeschta Fjodorovna kein Mittagessen ohne Gezänk und Szenen. Aber seitdem Lajewski zu der Überzeugung gekommen war, er liebe sie nicht mehr, bemühte er sich, Nadeschta Fjodorovna in allem nachzugeben, sprach mit ihr sanft und höflich, lächelte und nannte sie Liebchen. Die Suppe schmeckt nach Lakritze, sagte er lächelnd. Er gab sich Mühe, freundlich zu erscheinen, konnte sich aber nicht enthalten zu sagen, keiner schaut bei uns nach dem Haushalt. Wenn du schon so krank oder vom Lesen in Anspruch genommen bist, dann werde ich mich um die Küche kümmern. Früher hätte sie ihm geantwortet, kümmere dich doch, oder ich sehe, du willst eine Köchin aus mir machen. Jetzt aber sah sie ihn nur schüchtern an und errötete. Nun, wie fühlst du dich heute? fragte er zärtlich. Heute geht es, ich bin nur ein bisschen schwach. Du musst dich schonen, Liebchen. Ich habe große Angst um dich. Nadeshtafjodorovna litt an irgendeiner Krankheit. Samoylenko behauptete, sie habe Wechselfieber und fütterte sie mit Chinien. Der andere Arzt aber, Ustimovic mit Namen, ein hochgewachsener, hagerer, menschenscheuer Mann, der tagsüber zu Hause saß, abends aber die Hände auf dem Rücken und den Spazierstock parallel zum Rückgrat, langsam die Strandpromenade entlang spazierte und dabei hustete, war der Ansicht, sie habe ein Frauenleiden und verordnete ihr wärmende Kompressen. Früher, als Slajewski Nadeschta Fjodorovna noch liebte, erregte ihre Krankheit in ihm Furcht und Mitleid, jetzt aber hielt er auch ihre Krankheit für eine Lüge. Das gelbe, verschlafene Gesicht, der matte Blick und das dauernde Gähnen, all das, was bei Nadeschta Fjodorovna nach den Fieberanfällen auftrat, wie auch die Tatsache, dass sie während der Anfälle unter dem Plate lag und mehr einem Jungen als einer Frau glich und dass es in ihrem Zimmer schwül war und schlecht roch, das alles zerstörte seiner Meinung nach die Illusion und war ein Protest gegen Liebe und Ehe. Als zweiter Gang wurde Spinat mit hart gekochten Eiern gereicht. Nadeschta Fjodorovna bekam als kranke Fruchtspeise mit Milch. Als sie mit sorgenvollem Gesicht zuerst die Speise mit dem Löffel berührte, dann träge zu essen begann und er ihr als sie die Milch dazu trank, packte ihn ein so wilder Hass, dass ihm sogar der Kopf zu jucken anfing. Er war sich bewusst, dass ein solches Gefühl sogar für einen Hund kränkend gewesen wäre, aber er ärgerte sich nicht über sich selbst, sondern über Nadeschta Fjodorovna, weil sie dieses Gefühl in ihm geweckt hatte und er konnte nun verstehen, weshalb Liebhaber manchmal ihre Geliebten umbrachten. Selbst hätte er natürlich nicht gemordet, aber wenn er jetzt hätte geschworener sein müssen, er hätte den Mörder freigesprochen. Merci, mein Liebchen, sagte er nach dem Essen und küsste Nadeschta Fjodorovna auf die Stirn. In sein Zimmer zurückgekehrt, ging er etwa fünf Minuten lang aus einer Ecke in die andere, schielte auf seine Schuhe, setzte sich dann auf das Sofa und murmelte Fliehen, nur fliehen, die Beziehung ins Reine bringen und fliehen. Er legte sich auf das Sofa und dachte wieder daran, dass Nadeschta Fjodorovnas Mann vielleicht durch seine Schuld gestorben war. Einen Menschen dafür zu verurteilen, weil er sich verliebt oder zu lieben aufgehört hat, ist dumm, redete er sich ein, während er im Liegen die Beine Tiefel anzuziehen. Liebe und Hass stehen nicht in unserer Macht. Was aber den Ehemann betrifft, so war ich vielleicht indirekt eine der Ursachen seines Todes. Aber bin ich denn daran schuld, dass ich seine Frau lieb gewonnen habe und sie mich? Darauf erhob er sich, suchte seine Mütze und begab sich zu seinem Kollegen Scheschkowski, bei dem sich jeden Abend die Beamten versammelten, um Wind zu spielen und kaltes Bier zu trinken. In meiner Unentschlossenheit erinnere ich an Hamlet, dachte Lajewski unterwegs. Wie das Shakespeare richtig bemerkt hat, ach, wie richtig.